Antenne vor Allberg Also schon ich allein brauche bei mir zu Hause die Waschmaschine mehrmals die Woche. Iris, wie schaut es denn bei euch aus? Ihr seid ja eine Familie. Ja, bei uns läuft die Waschmaschine drei bis vier Mal in der Woche. Und dann ist sie immer voll? Ja, sie ist sehr voll, weil unser Sohn, der braucht viel Kleidung. Und wie wichtig es ist, dass die Waschmaschine immer voll ist, weiß unser Experte, halb voll nicht gut. Keinesfalls halb voll, also immer voll füllen. Auch eine halb volle Waschmaschine benötigt 80% des Wasser- und Energiebedarfs einer vollen Waschmaschine. Bei vorausgesetzten 150 Waschgängen pro Jahr würde das in einer Einsparung von 16 Euro resultieren. Heutzutage sind die Waschmaschinen ja derartig gut, dass man jetzt nicht mehr alles mit 95 Grad waschen muss. Auch da kann man sparen. Die modernen Waschmittel ermöglichen, dass auch die Kochwäsche bei 60 Grad hygienisch rein wird. Das muss also nicht immer auf 90 Grad gekocht werden. Wenn das zusammen mit der Befüllung, also der Vollfüllung der Waschmaschine berücksichtigt wird, ist eine Einsparung von 22 Euro im Jahr möglich. Also, wenn man die Waschmaschine jetzt nicht unbedingt auf 95 Grad, sondern auf 60 Grad reduziert, die Wäsche wird trotzdem sauber. Und die Waschmaschine vollfüllt, da gibt es dann eine Ersparnis im Jahr von bis zu 22 Euro. Die Waschmaschine permanently auf 90 Grad und die Wand ins September